Schlechte Nachrichten. Hodenkrebs. Was? Ja, das ist ein Tumor. Das müssen wir behandeln. Aber ich wollte doch mit dem BVB durchstarten. Jetzt scheiß mal auf durchstarten. Gesundheit geht vor. Oh Mann, und was heißt das jetzt? Wir werden jetzt erstmal ein paar Tests durchführen und beobachten und dann sehen wir weiter. Also, kein Fußball für mich? Nein, kein Fußball. Verdammt, Mann, das ist doch ein schlechter Traum. Aber Fußball ist mein Leben. Es ist ja nicht dauerhaft. Wir haben das jetzt mal gut und früh erkannt. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Heißt das, ich habe irgendwie Glück im Unglück gehabt? Ja, und wenn alles gut läuft, dann können Sie in ein paar Monaten vielleicht auch schon wieder spielen, Herr Haller. Okay, dann gucke ich, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Durchhalten, Junge. Du bist nicht allein. Nee, Mann, wir schaffen das alle, Jungs. Danke, Männer, für euren Support. Ohne Spaß. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder auf dem Platz. Auf jeden Fall, Basti. Wir sind immer für dich da. Und gute Besserung auch von uns. In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Danke, Leute. Ich liebe euch. Danke, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020